Hey Jason, lass uns ein bisschen Fernsehen gucken. Okay. Wow. Nein. Nein. Hey. Ja. Cool. Ich bekomme einen Anruf. Hallo. Hallo. Du hast Training. Wir haben Basketballtraining, Jason. Oh nein. Komm schon, lass uns gehen. Sie sind wieder zu spät. Oh, wir müssen uns beeilen. Los geht's, los geht's. Welches ist meins? Welches ist meins? Welches ist meins? Nein, das ist es nicht meins. Wir müssen uns beeilen. Los geht's, komm. Hier lang, hier lang. Komm mit, los. Auf geht's, nimm den Basketball. Okay, ich nehm den hier. Geh hier. Ich nehm den. Okay, dann nehm ich den hier. Komm, gehen wir. Auf geht's, los. Los, setz dich ins Auto. Gut, okay. Fahren wir los, los. Mein Auto funktioniert einfach nicht. Nein. Mein Auto auch. Wir werden zu spät kommen. Okay, dann müssen wir laufen. Los geht's, Jason. Komm mit. Los. Okay, nimm das Fahrrad. Los, los. Los, nimm das Fahrrad. Los geht's, los geht's. Los geht's. Wow, 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 wow. Ich glaube, mit dem Roller können wir besser fahren. Ja, Jason, gehen wir zu den Rollern los. Okay, okay, aber nicht vor lauter Beeilung wieder hinfallen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wow, 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 wow. Oh nein, das ist ein Wegelkern. Wir müssen weiter, Jason, bevor wir zu spät kommen. Ja, los geht's. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft, Jason. Wir schaffen es, los. Okay, wir sind pünktlich, wir sind pünktlich. Ja, wir sind pünktlich, wir sind pünktlich. Leute, ihr seid viel zu spät. Fangt mit dem Training an, sofort. Okay. Fangen wir an. Erste Lektion, Dribbeln. Jason, fang an zu dribbeln. Okay. Ich werde gewinnen, ich werde gewinnen. Ha, du warst schneller. Haha, ich hab gewonnen. Hm, ich hab verloren. Yay, ich hab gewonnen. Okay, nächste Übung. Jetzt musst du Punkte machen. Jason, wer wirft zuerst? Ich wirf zuerst. Okay, los. Ja, getroffen. Okay, jetzt bin ich dran. Oh nein, ich hab nicht getroffen. Ja, ich hab's geschafft. Gut gemacht, Jason. Ja, gut gemacht, Jason. Daumen runter für dich, Alex. Okay, jetzt Jason gegen Alex. Jason gegen Alex. Okay, Jason, ich werde gewinnen. Nein, willst du nicht? Ich. Doch, werde ich. Beginnen wir. Ha, 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 hier. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Ey, oh, oh. Ah, ich hab nicht getroffen. Komm, Jason, komm nicht an mir vorbei. Oh nein, oh nein. Wirf nicht, Jason. Nein. Nein. Du hast es geschafft. Gut gemacht, Leute. Gutes Training. Tschüss. Dann reiten wir das Pferd. Yippie. Oh nein, mein Bruder. Hey, Bruder, lass uns Tennis spielen. Nein, ich möchte nicht. Komm runter, Jan. Nein. Aber du hast jetzt gleich Tennis-Training. Nein, ich möchte aber nicht. Komm jetzt weg. Nein, no. Bruder, wir haben Tennis-Training. Ach, wir haben da noch genug Zeit, Jason. Nein, wir sind schon zu spät. Komm, komm. Was? Wir sind schon zu spät? Oh nein, oh nein. Zieh dich hier drinnen um. Ja, okay, okay, okay. Ich mache es schon, ja. Okay, ich bin bereit. Auf geht's. Nimm das Auto. Nimm das Auto hier, ja? Nimm das Auto. Okay, okay, okay. Wir fahren jetzt zum Tennis-Training. Auf geht's. Okay, okay. Oh nein. Es funktioniert nicht. Nimm das Fahrrad, Alex. Nimm das Fahrrad hier, okay? Dieses Fahrrad? Okay, okay. Ich nehme das Fahrrad, ja. Okay, okay, Jason. Ich nehme das Fahrrad. Oh nein. Nein, 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 nein. Kein Fahrrad für mich. Nimm dieses Hoverboard hier. Das Hoverboard. Das Hoverboard? Okay, okay. Wir nehmen das Hoverboard. Los. Auf geht's. Es geht nicht an, Jason. Es geht nicht an, Jason. Oh nein. Nehme diese Rolle. Nehme diese Rolle. Okay, Jason. Gute Idee. Gute Idee. Ich nehme blau und du grün. Okay. Hey, los geht's. Pass auf, Jason. Oh nein. Auf geht's, Jason. Wow. Oh Mann. Oh nein. Hier ist die Stufe. Auf geht's, Jason. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wow. Komm, Jason. Los. Steh auf, Jason. Geht's dir gut? Komm mit, Jason. Los. Komm mit, Jason. Los, Alex. Oh nein. Wo sind Jason und Alex jetzt? Auf geht's, Jason. Wir sind pünktlich. Nein, wir sind zu spät. Los, Jason. Los, Jason. Wir sind gleich da. Auf geht's, Jason. Gleich geschafft. Hallo. Sind wir pünktlich? Sind wir pünktlich? Leute, ihr seid zu spät. Fangt an zu trainieren. Okay. Ich trainiere. Ich trainiere. Ich auch. Aufwärmen. Okay. Okay. So ist es gut. Nächste Übung. Fangt an. Okay. Halt. Ich bin nicht gut darin. Nein. Geist einfach. Nein, so gut bin ich nicht. Und jetzt spielt gegeneinander. Los. Okay, Jason. Viel Glück. Danke. Dir auch. Ich werde Jason besiegen. Ich werde meinen Bruder besiegen. Hehehe. Okay. Los geht's. Oh, nein. Das war echt gut von dir. 1 zu 0 für Jason. Super gemacht. Okay. Ich werde gewinnen. Ich habe verfehlt. Ich habe schon wieder verfehlt. Nein. Punkt für Jason. 2 zu 0 für Jason. Wow. 2 zu 0 für mich. Ich werde gewinnen. Wow. Oh. Das war echt zu hoch. 3 zu 0 für Jason. Du hast gewonnen. Ja. Ich habe gewonnen. Ja. Okay, Jason. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. High five. Wow. Tennis high five. Yeah. Okay. Tschüss, Trainerin. Danke. Tschüss, Trainerin. Tschüss, Leute. Kommt das nächste Mal nicht. wach auf, Alex. Alex, wach auf. Wach auf. Du musst in die Schule gehen. Wach auf. Warum? Was ist denn los? Schule? Du musst in die Schule gehen. Schule? 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 Wohin soll ich gehen? Was? Ich verstehe das alles nicht. Schule. Schule. Oh nein. Oh nein. Was soll ich anziehen? Was soll ich anziehen? Ha. Ich werde das hier anziehen. Beeilung. Beeilung. Ich muss mich beeilen. Wohin. Ich muss in die Zähne putzen. Die Zähne putzen. Welche davon soll ich benutzen? Ich benutze beide. Okay, das ist gut. Los, nicht die Treppe runterfallen. Oh nein, ich habe meine Socken vergessen. Oh nein. Ich habe meine Socken. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie. Ich habe meine Socken. Ich habe meine Socken. Okay, jetzt schnell anziehen hier. Okay, ich habe sie an. Ich muss Frühstück machen jetzt. Okay, ich habe zwei Eier hier. Das ist nicht schön. Okay, okay, okay. Ich muss irgendwas essen. Oh, eine Paprika. Okay, ich ziehe mir die Schuhe an. Okay, schnell anziehen. Okay. Hey, hey, hey. Gib mir meine. Was geht mir ab? Okay, ich habe einen. Auf geht's. Los geht's. Wow, wow. Okay, gehen wir los. Gehen wir los. Alex, pass auf dich auf. Auf zur Schule. Auf geht's. Wow, wow. Okay, okay. Los geht's. Auf geht's. Wir schaffen das. Wow, 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 wow. Okay, ich habe es geschafft. Nur noch über den Zaun hier. Wow. Okay. Auch über diesen Zaun hier. Wow, 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 wow. Okay. Ja, okay. Wartet. Ich habe meinen Roller vergessen. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Okay. Oh, nein, 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 nein. Rüber hier. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nein. Nein. Woah, woah Wait Auf, kids Oh nein, oh nein, oh my god Nein Oh nein Oh nein, meine Cola Oh nein, meine Cola, meine Cola, meine Cola Nein Okay Ich hab ihn, jetzt ab in die Schule Eine Sekunde Die Schule ist geschlossen Hm Hm Das ist komisch Keine Schule Okay, schön, dass ihr alle da seid Hä, was ist das für ein Geräusch? Ja, immer noch Online-Unterricht Hä Unterricht zu Hause? Okay, setzt euch Ich hab vergessen, dass ich zu Hause Unterricht hab Hallo Frau Lehrerin, na, wie geht's? Mir geht es gut, danke Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht? Ja, Frau Lehrerin, ja Okay Fangen wir gleich mit dem Unterricht an Ich bin nur kurz weg Ha, das war ein Scherz aus dem Hausunterricht Was? Hast du dir einen Scherz mit mir erlaubt? Komm her, du! So, da bin ich wieder Komm her, komm her Oh, warte, ich muss zurück in den Unterricht Also gut Tut mir leid, Frau Lehrerin, tut mir leid Fangen wir mit dem Unterricht an Seid ihr aufmerksam und hört zu? Ich höre aufmerksam zu Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal